Jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf T-Tag, der hat nämlich auch was zu Ahmad gemacht. Ahmad ist ein Fan von mir und dumm. Ist eigentlich das gleiche und dann gucken wir einfach mal rein, wa? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute müssen wir nochmal über Ahmad sprechen. Denn er hat ein neues Video hochgeladen, wo er alle Meinungsblogger kritisiert, die auch ihn kritisiert haben. Interessanterweise hat er nicht mich erwähnt, obwohl ich ja auch schon Videos über ihn gemacht habe. Und klar kann man jetzt sagen, ja der kennt dich ja vielleicht nicht, aber da würde ich widersprechen, denn Ahmad ist ein kleiner Fanboy von mir, wie es aussieht. Dass er mich kennt, zeigt er hier. Ach, wo ist das Video, wo KuchenTV letztens auf dich reagiert hat und gezeigt hat, wie cringe du mit Frauen fleckst? Ach, das hat KuchenTV offline genommen, weil du mit ihm privat geredet hast. Das Video, wovon Ahmad spricht, ist die Reaction von KuchenTV auf mein altes TJ-Video. Wir reagieren heute mal wieder auf T-Tag. Na, das ist direkt gesichert hier. Die Tatsache, dass er in seinem Video Sequenzen aus meinem Video einblendet, zeigt, dass er mich kennt. Schauen wir mal hier rein. Hallo YouTube, was geht ab? Er kennt man übrigens an der Art, wie die Quelle zum Originalvideo eingebunden ist. So mache ich das nämlich immer. Und auch die Tatsache, dass er meine Argumentation 1 zu 1 übernimmt, zeigt, was für ein Fanboy er von mir ist. Ganz kurz, das sind Endcarts, die er für sein Video dreht. Er kann diese Endcarts, die gehen 15 Sekunden. Er kann die jederzeit eben schnell nochmal neu drehen. Die Up-Mod hätte er auch neu drehen können, aber das hat er nicht. Das heißt, es war mit voller Absicht drin, dass man ihn halbnackt mit einem Mädel im Bett sieht. Das Auto hat er einfach den gleichen Pullover an. Gerade mal 19 Sekunden. Also man hätte es easy peasy neu drehen können, wenn man es gewollt hätte. Verdächtigähnliche Argumentation findet ihr nicht? Also Ahmad, bevor du wie ein Fanboy meine 9 Monate alten Content wiederverwertest, wie wäre es, wenn du erstens mir Credits für das Auf... Aber dass die Dinger hier nicht gleich hängen, triggert schon ein bisschen, ne? Zweitens erwähnst, dass das schon fast ein Jahr her ist und TJ das mittlerweile nicht mehr macht. Drittens zu den Leuten recherchierst, deren Content du verwendest. Dann hättest du vielleicht rausgefunden, dass ich auch schon ein Video gegen dich gemacht habe und ich wäre vielleicht in deinem neuen Video erwähnt worden. Das hätte mich natürlich gefreut, weil gegen dich zu argumentieren ist wie einem kleinen Kind, den Lolli wegzunehmen. Dafür werde ich aber statt mich selbst vor Vorwürfen von dir zu verteidigen, die anderen YouTuber verteidigen. Dein Video war nämlich mal wieder absolute Grütze, wie immer. Am Anfang sagt Ahmad, dass die Leute ihn als schlecht recherchierenden Meinungsblogger bezeichnen würden. Content tut er das, indem er sagt, er macht ja auch andere Videos. Ich, Ahmad, bin anscheinend ein neuer Newcomer-Meinungsblogger, der scheiß Videos macht. Ja, klar ist das kein Beweis. Ich glaube, das wäre eher so ein bisschen humoristisch gemeint jetzt gerade, als dass man jetzt wirklich, dass er jetzt wirklich sagen möchte, dass er ein Fan ist. Die Therapiesitzung mit Ahmad, die besteht aus 10 Videos. Das sind Videos, wo ich Real Talk mache und den Menschen helfe. 8 Videos auf der Jagd nach den Dragon Balls. Das sind Vlogs, okay? Die ganze Wahrheit über. Das sind meist politische Videos mit seitenlangen Quellenangaben. Cringe Talk. Das ist einfach Aufklärung über TikToker, die dutzende Leute verarscht haben, wo ich dutzende Sachen aufgedeckt habe. Crack Schul Story 7. Erzähle ich Schul Stories aus meinem Leben? Okay, dann gehen wir doch mal deine Videos wirklich durch. Therapiesitzung mit Ahmad. 10 Videos. Okay, sind keine Meinungsblogs, gebe ich dir recht. Auf der Jagd nach den Dragon Balls. 8 Videos. Okay, auch keine Meinungsblogs, also bisher 18 Videos, die keine Meinungsblogs sind. Die ganze Wahrheit über. 13 Videos sind Meinungsblogs, weil deine Wahrheiten darin subjektive Meinungen von dir sind. Außerdem ist unter fast keinem Video, wie von dir selbst angegeben, eine seitenlange Quellenangabenliste. Geil. Ach man, warum habe ich das nicht gecheckt, Alter? Richtig dumm. Manchmal glaubt man dann Ahmad irgendwie doch mal eine Sache, Alter. Und dann hinterher findet man heraus, ah, da gehst du dann doch mal nachgeguckt. Guck mal, sowas check ich aber auch bei Ahmad nicht. Er behauptet es einfach. Ey, ich habe da so viele Quellen immer angegeben und dann gar nichts. So, hä? Also, der muss doch dann selber auch wissen, dass es einfach Müll ist, was er da labert. Und ich, der muss doch wissen, dass er das nicht gemacht hat. Ach, scheiße. Unter acht von zwölf Videos sind gar keine Quellenangaben und unter den anderen sind fast nur YouTube-Videos als Quellen genannt. Dein Israel-Video aus dieser Reihe wurde sogar gelöscht, wahrscheinlich weil du wieder Antisemitismus... Äh, einige... Naja, es wurde nicht gelöscht, dass du ab 18 gestellt wurden. Allein das zeigt, was für ein beschissener Meinungsblogger du bist. Aber du willst dich ja nicht selbst Meinungsblogger nennen. Aber das werde ich jetzt auch noch widerlegen, also machen wir weiter. Cringe-Talk, 15 Videos, sind auch Meinungsblogs, weil du ja trotzdem deine Meinung wiedergibst, auch wenn es auf Humorbasis ist. Crack-Schul-Stories, sieben Videos. Okay, sind auch keine Meinungsblogs, da gebe ich dir also recht. Dann haben wir also 25 Videos, die keine Meinungsblogs sind. 25 von 102 Videos, also sind über 75% deiner Videos Meinungsblogs. So zu tun, dass du kein Meinungsblogger bist. Äh, er war kein Meinungsblogger. Es ist dieselbe dämliche Argumentation, wie wenn große Influencer sagen, ich will ja gar kein Vorbild sein, also bin ich auch keins. Dann redet er noch von seinem Video, wo er ApoRed verteidigt hat und checkt mal wieder gar nichts. Warum werde ich von so vielen Leuten gerade umzingeln? Als so kleiner Newcomer, wie die ja alle sagen. Das liegt ganz einfach daran, dass alles angefangen hat, indem ich... Er ist Ausländer. ...vor, glaube ich, zwei Monaten oder so ein Video zu ApoRed gemacht habe. Ach so, doch nicht, fast. Wo ich nicht so wie alle anderen auf ApoRed rumgehalten... ...und von den 75 Videos sind 70 gegen KuchenTV ungefähr und 5 gegen ApoRed. ...neu Treiber und die Gegenseite betrachtet habe, beziehungsweise gegen die Gegenseite geschossen habe und gesagt habe, warum geht ihr alle auf einen? Ja, das wird es gewesen sein, weil du nicht der Mainstream-Meinung gefolgt bist. Logisch. Nicht etwa, weil du absolut dämliche Aussagen in dem Video getroffen hast und ApoRed eben doch verteidigt hast. Nur weil du sagst, dass du ApoRed nicht verteidigen willst, heißt es nicht, dass du machen kannst, was du willst und es wird dann auch nicht so gesehen. Lustigerweise bringt er ja sogar selbst den Beweis dafür, dass es nicht daran lag, dass er nicht der Mainstream-Meinung gefolgt ist. Komischerweise andere Leute, die Videos zu Mimi dann gemacht haben, darauf folgend jetzt und gesagt haben, dass Mimi zu weit geht, so weit gegangen sind und Mimi sogar kritisiert haben und so. Bei denen war das okay. Sogar KuchenTV hat es gemacht. Bei KuchenTV ist es okay, der verteidigt ApoRed nicht. Exakt, weil sie ApoRed nicht verteidigt haben, sondern Mimi ganz sachlich und ganz normal kritisiert haben. Das hast du eben nicht getan und deswegen wurdest du auch kritisiert. Was verstehst du daran nicht? Achso, du weißt ja wieder, woran es liegt. Was ist passiert? Wir wissen es alle. Wenn ein Kanake nicht zu 100% negativ über ApoRed spricht, was ist passiert? Dutzende Leute haben gesagt, ich verteidige ApoRed. Essiger, bist du blind auf... Ja, also ich habe auf jeden Fall auch nochmal überlegt, irgendwie so ein ganzes Video irgendwie dazu zu machen. Also diesen ganzen YouTubern, die irgendwie... Also die sind nun mal einfach immer ausländische YouTuber, die da irgendwie dann immer so diese Ausländerkarte spielen und damit einfach so die Gesellschaft spalten, egal ob das jetzt ein ABK ist, ein Hieschirm oder ein Achmat, so halt zu sagen, ja, weil ich Ausländer bin und das kritisiert habe, wird der jetzt so draufgehauen. So nein, Digga, so niemanden juckt deine Herkunft so, ne? Also das ist halt vollkommen egal. Ich finde es einfach immer super schade, dass es halt von diesen Leuten kommt, weil ich schon das Gefühl habe, beziehungsweise das sagen die ja auch selber, ja zum Beispiel auch in ABK hat das ja auch selber gesagt, sie haben nun mal eine Community, die sehr oft auch aus Südländern und Ausländern halt besteht, ne? Weil das ja Leute sind, die sich auch gut mit ABK identifizieren können, logischerweise so. Und wenn die dann die ganze Zeit von ihren Vorbildern hören, ja, wir werden hier diskriminiert und die wollen uns hier raushaben, wir werden auf YouTube gar nicht gemocht, bla bla bla, so, dann, ähm, brennt sich das natürlich einfach bei denen ein und das spaltet halt die Gesellschaft und das finde ich halt so schade und ich finde sowas schwerwiegendes wie ja, nur weil ich Ausländer bin halt wie Achmat, so nebenbei einfach zu droppen, so als Nebensatz, ist halt einfach saugefährlich so, ne? Das geht einfach nicht. Beiden Augen oder nur einfach blöd. Klar, es liegt natürlich daran, dass du Ausländer bist, nicht daran, dass du absolut beschissen argumentierst. Achmat, mal im Ernst, werd mal erwachsen und übernimm Verantwortung für deine schlechten Videos, anstatt mit der Rassismuskeule zu schwingen. Niemanden juckt deine Abstammung, wir argumentieren alle gegen deine Argumente. Niemanden juckt es, wo du herkommst. Dann geht Achmat die Meinungsblogger nacheinander einzeln durch, die er kritisieren will und sagt über TJ das hier. Aber wenn ich komisch bin, ne? Wo ist dann dein Tinder-Video, wo du Frauen benästigt hast? Warum hast du das offline genommen, dein Tinder-Video? Komisch, dass du es offline genommen hast. Ja, TJ, wieso hast du eingesehen, dass es vielleicht doch nicht so cool ist und hast das Video offline genommen? Moment, das ist doch eigentlich was Gutes, oder nicht? Was hätte er denn sonst machen sollen, Achmat? Es online lassen? Dann hättest du auch das kritisiert. Ey, TJ, warum lässt du das Video online? Warum lässt du sowas nicht? Achmat kritisiert ja nicht nur das Video an sich, sondern auch, dass TJ es offline genommen hat. Obwohl das ja der richtige Umgang mit so einem Video wäre. Dann kritisiert Achmat noch das cringe Flexen mit Frauen, was TJ ja auch schon lange nicht mehr macht. Und das war's auch schon. Wow. Richtig gut auseinandergenommen, den guten TJ, mit meinem Content. Vor allem greift Achmat nicht einen einzigen Kritikpunkt von TJ auf. Er sagt einfach nur, du findest mich blöd, du bist blöd. Von mir auch seid ihr dann halt beide blöd. Herzlichen Glückwunsch, Achmat. Ja, also den Part mit TJ hab ich halt auch nicht verstanden in dem Video. Also keine Ahnung, ich hab ja auch schon ganze Videos über TJ gemacht, zumindest auf diesem Kanal hier. So, ich finde auch, dass er teilweise eine sehr peinliche Attitude hat. Er hat schon sehr viele Aktionen gemacht, wo ich auch sage, so, boah, schon ziemlich cringe so. Aber den Part in dem Achmat-Video hab ich auch nicht verstanden. Also ich meine, TJ hat, glaube ich, auch nur eine einzige Reaction gegen Achmat gemacht. Warum der dann da ein 4-5-Minuten-Part irgendwie in dem Video kriegt, wo dann nicht mal wirklich darauf eingegangen wird, was er überhaupt gesagt hat, hat sich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz erschlossen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das meine ich übrigens mit beschissen argumentieren. Als nächstes geht es um Alpha Kevin und da geht Achmat tatsächlich auch auf Aussagen von ihm ein. Und zwar, indem er sagt, Alpha Kevin habe einfach nur alles falsch verstanden. Es ist nur Humor und Sarkasmus. Was der Clip sarkastisch gemeint war, war auch gar nicht sarkastisch gemeint, du Schwanz, ne? War gar nicht sarkastisch gemeint. Wo ich einfach als Joke das sage und tut so, als hätte ich das ernst gemeint, okay? Weil ich in einem lustigen Content fett sage. Ihr müsst euch vorstellen, er schneidet gerade Witze raus und stellt mich als bösen Menschen darauf, weil ich einen Witz mache. Weil ich aus Spaß gesagt habe, ist das eine Frau oder ein Mann. Er nimmt ein älteres Video von mir, wo ich sogar sarkastisch rede. Jeder Mensch checkt, dass es sarkastisch ist. Feier, ich liebe solche Zusammenschnitte. Und kein Scherz, das ist auch schon alles, was Achmat gegen die Vorwürfe von Alpha Kevin sagt. Fast alle Punkte, die Alpha Kevin kritisiert, sind ja nur Humor und Sarkasmus. Und damit ist Achmat dann durch. Mal wieder richtig stark, Achmat. Du bist wirklich der Argumentationskönig in YouTube Deutschland. Im Zuge seiner Argumentation sagt Achmat auch das hier. Junge, ich mache mich tagtäglich witzig über meinen Kumpel. Wie dumm er ist, das ist in Ordnung. Aber wenn ich mich über einen LGBTQ-Menschen lustig mache, das geht gar nicht für... Wie, Achmat? Alpha Kevin glaubt wirklich, es gäbe einen Unterschied zwischen... Im Privaten seinen Kumpel zu beleidigen, der genau weiß, wie er es aufzufassen hat. Und im Internet öffentlich vor hunderttausenden Leuten beleidigende Witze zu machen, wo nicht jeder weiß, wie man das aufzufassen hat. Ja, Alpha Kevin ist aber cringe. Richtig lost von Alpha Kevin, da gibt es doch gar keinen Unterschied. Idiot. Dann spricht Achmat noch die pädophilen Vorwürfe gegen Igli Schröder an, sieht es aber immer noch genauso. Aber einen pädophilen verteidigen, um mich haten zu können, hättest du nicht was besseres finden können? Hier wiederholt er sogar die Pädophilie-Vorwürfe gegen Igli Schröder und zeigt, warum er das so sieht. Und nichts von dem zeigt, dass Igli Schröder tatsächlich ein Pädophiler wäre. Hier ein Screenshot von einem Kommentar. Dann behauptet er, der Typ hätte es auch schon zugegeben. Ja, das Video ist jetzt, also dieser Part ist jetzt ein bisschen vereiltet, weil Achmat hat dazu ja auch schon ein neues Video hochgeladen. Da hat er ja schon gesagt gehabt, dass es halt nicht, also dass er es auch immer noch als pädophil sieht, weil er hat dann irgendwie gesagt, also Hebephilie, aber es wird ja umgangssprachlich, wird alles irgendwie Pädophilie genannt und so weiter. Deswegen ist das trotzdem richtig, was ich gesagt habe, bla 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 bla, ich bin Achmat. Also ich finde es immer noch lächerlich so, ich finde gerade mit dem Wort Pädophilie sollte man halt aufpassen. Und gerade ein Achmat, der ja sonst immer so faktenbasiert und so weiter arbeiten möchte, dass er dann die Bedeutung von einigen Wörtern halt nicht versteht, die klar definiert sind, blicke ich halt nicht. Also dass Igli Schröder da was mit einer 17-Jährigen hatte, ist ekelhaft, keine Frage, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das geht gar nicht, aber es ist halt trotzdem nicht pädophil. Und so jemanden das einfach vorzuwerfen in einem Video, was dann hunderttausende Menschen sehen können, ist halt einfach gefährlich. Es ist Rufmord. Wenn ich rede mit der Pädophilie, es schon zugegeben hat, dass er was mit der Minderjährigen hatte, wie du hier sehen kannst. Ich gebe den Fehler zu, ich habe einen Fehler gemacht, es sind 10.000 Menschen, ja? Achmat, weißt du überhaupt, was Pädophilie bedeutet? Die pädophile Störung bezeichnet wiederkehrende, stark sexuell anregende Fantasien, Zwänge oder Verhaltensweisen unter Einbeziehung von Kindern, meist 13 Jahre oder jünger. In der Sexualmedizin spricht man von Pädophilie erst dann, wenn sich ein Erwachsener zu Kindern hingezogen fühlt, die selbst noch nicht in der Pubertät sind. Also, Achmat, Kinder bis höchstens 13, die noch nicht in der Pubertät sind. Minderjährig heißt einfach nur, dass man noch nicht 18 ist. Solange also die Sexualpartner von Igli Schröder alle über 14 sind, kann hier keine Rede von Pädophilie sein. Und Achmat wiederholt diesen Pädophilie-Vorwurf wirklich ständig, das ist kein Versehen. Aber einen Pädophilen verteidigen eher, über den ich rede mit der Pädophilie, deswegen gehst du auf die Seite eines Pädophilen. Achmat macht Igli Schröder diesen Vorwurf, weil ihm eine 17-Jährige einen geblubbert hat. Diese Dame ist also vier Jahre zu alt, um Igli Schröder als einen Pädophilen darstellen zu können. Ja, und vor allem, die sieht auch nicht aus wie ein Kind, ne? Das hat ja, das war ja auch seine Argumentation, so, ja, na, es gibt ja auch Leute, die ja später in die Pubertät kommen und so weiter. So, ja, ist auch richtig, so, ne? Aber das ist bei der halt nicht der Fall. Achmat. Nach Alpha Kevin geht es um Stay und Achmat redet eigentlich die ganze Zeit nur über die Regen. Ja, und ich meine, es ist auch kein Beweis dafür, dass er halt Hebefili irgendwie hat oder hebefielig ist oder wie auch immer man das sagt, so, ne? Weil man müsste sich halt generell die Sexualpartner ansehen. Was ich halt eher glaube, ist, dass, ich kenne Igli Schröder nicht, ne? Aber ich glaube einfach, dass das einfach ein Vollassi ist, der sich irgendwie gefreut hat, dass es da halt ein Vibe gab, mit dem er irgendwie was haben konnte, so. Der hat das ja auch irgendwie aufgenommen oder so, da gab es ja wohl irgendwelche Videos sogar zu. Ähm, und ich glaube, der hat sich halt einfach cool gefühlt, dass er halt ein Vibe hat, was ihm eingeblubbert hat. So, das ist, glaube ich, eher das Wahrscheinlichste an der Sache, als dass er da wirklich, ähm, dass er da wirklich so eine Zu-Vordings hat, also, ne? Dass er darauf steht. So, ich glaube, wenn die jetzt 20 gewesen wären, hätte er sich genauso ein Blubbern lassen. Dazu kann ich nur eins sagen, Ahmad hat es mal wieder überhaupt nicht verstanden. Hier sagt er sogar, dass die Künstler diese übermäßige Interpretation von Islamfeindlichkeit ja genau erreichen wollen, höchstwahrscheinlich. Und er sagt in einem anderen Teil auch noch, dass es, die Künstler diese Provokationen erreichen wollen. Er gibt sogar zu, dass das starke Provokationen sind und so weiter, aber er will den Begriff nicht benutzen. Er nennt die ganze Zeit Provokationen. Er versteht nicht und spricht es nicht aus, dass das keine einfachen Provokationen sind, sondern es die Menschen verletzt. Diese Regenbogenkaber ist eine Islamkritik in Form eines Kunstprojektes und ist daher auch von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, aber ich weiß nicht, also ich finde, ob es jetzt von der Kunstfreiheit gedeckt ist oder nicht, ist halt meiner Meinung nach egal. Es kann trotzdem respektlos sein. Es sagt jetzt auch keiner, dass es halt gegen das Gesetz ist. Aber wie gesagt, da kann ich Ahmad halt auf jeden Fall nachvollziehen, dass er halt das auf jeden Fall respektlos findet, weil ich finde das auch respektlos. Wir haben ja gestern auch auf das ABK-Video reagiert, da hat er es ja auch nochmal kritisiert, beziehungsweise haben wir da ja auch deutlich mehr Videomaterial und so weiter davon gesehen. Und also die sieht auch einfach lächerlich aus. Also wenn man das jetzt vielleicht richtig gut und sinnvoll umgesetzt hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja okay, kann ich halt nachvollziehen. Mal einfach eine Hüpfburg aufblasen und sagen, ja, es ist jetzt hier die Regenbogen-Kaber. Weiß ich nicht, Digga, schwierig. Ich kürze ich eben daran, dass LGBT-Muslime nicht zur echten Kaber pilgern dürfen. Was meiner Meinung nach absolut ekelhaft ist. Diese LGBT-Muslime sind auch verletzt von dieser Tatsache, aber das ist dir ja egal, ne? Betrifft dich ja nicht. Aber hätte ich mir ja denken können, dass es für eine homophobe Person wie dir viel zu schwer ist, M&T für die LGBTQIA-Plus-Szene aufzubringen. Und noch was bei dem Thema zu deiner Doppelmoral, Ahmad. Die nicht da genau das ist, was Künstler erreichen wollen, wenn Regenbogenflaggen auf einen D6-Würfel gedruckt werden. Du nimmst das heiligste Gebäude dieser Muslime und machst sich darüber lustig. Du verteidigst doch alle deine ekelhaften Aussagen damit, dass es ja nur Sarkasmus sei. Dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass Stay genauso Sarkasmus verwendet und dann ist das, was Stay sagt, in Ordnung. Oder du akzeptierst, dass deine vorigen Aussagen auch Schmutz waren. Also, wenn der Sarkasmus von Stay unangebracht ist, dann ist es deiner auch... Dieser Bart feier ich ja, danke, der gab mich auch in fünf Wochen. Das ist doch Doppelmoral von dir. Und du darfst Leute mit Sarkasmus verletzen, andere Leute aber nicht. Und letzter Punkt zu dem Thema. Bei LGBTQIA-Plus-Haber ist ja auch ein Lobloat Stay, obwohl die Stadt Kassel das abgelehnt hat. Stadt Kassel lehnt es ab, aber Stay findet es okay. Du hättest ja auch mal erwähnen können, dass die Organisatoren eine Klage eingereicht haben und gewonnen haben. Aber das hast du natürlich absichtlich nicht erwähnt, weil ich dagegen deine Werte spreche. Also sowas lieber mal weglassen. Dann redet er noch über Tobias Hoch, traut sich aber nicht wirklich was zu sagen und sagt deswegen einfach nur, du bist ein Steuerhinterzieher. Also überspringen wir das. Als letztes spricht er über KuchenTV und haut sich dann direkt einfach mal selbst in die Pfanne. Hier würde mich aber vor allem der Beweis interessieren, woher du wissen möchtest, dass die Zuschauer von Nona dein Video ebenfalls gefeiert haben. KuchenTV fragt sich jetzt, woher ich weiß, dass das Nona-Kanal-Zuschauer sind. Er sagt jetzt, ich werde nur eine Nachricht zeigen von der Nona-Kanal-Zuschauerin und dann sagen, ja, deswegen waren das Nona-Kanal-Zuschauerinnen, die mein Video geliked haben. Nein, KuchenTV, ich werde nicht mal eine, obwohl doch, ich zeige ihr eine Nachricht. Es haben mir genug Mädchen geschrieben von Nona-Kanal-Zuschauern. Du kannst dir die Dutzenden anderen in den Kommentaren durchlesen. Er sagt sogar selbst, dass KuchenTV vorhergesagt hat, dass Ahmad nur eine Nachricht zeigen würde und Ahmad macht genau das. Eine Nachricht zeigen. Oh, mein Eigentor. Er redet darüber, dass es ja Dutzende Kommentare unter seinen Videos geben würde, kann aber nicht einen einzigen einblenden. Einfach wieder nur leere Behauptungen von ihm. Ja, wobei es wahrscheinlich in den Kommentaren schon irgendwelche Leute gibt, die da auch positiv drüber geredet haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube wirklich, dass er den absoluten Beweis dafür hat, dass das ja Nona-Kanal-Zuschauer waren. Nicht etwa die Kommentare, die er nicht zeigen kann, sind Beweise dafür, sondern das. Ich habe tatsächlich Beweise dafür, dass das Nona-Kanal-Zuschauer waren, beziehungsweise wie du sagst Mädchen-Zuschauer, die auf meinen Kanal gekommen sind. Mein Mädchen-Anteil ist rapide gestiegen. Genau jetzt in dem Monat, wo ich über Nona-Kanal drei Videos gemacht habe. Ist das Zufall, dass genau jetzt, obwohl ich seit eineinhalb Jahren YouTube mache, mein Mädchen-Anteil sich fast verdoppelt? Von, glaube ich, 27% auf über 40% war bestimmt nur Zufall. Dein Mädchen-Anteil unter den Zuschauern ist gestiegen und das ist ein Beweis für dich, dass Nona-Kanal-Fans dieses Video gefeiert haben? Vielleicht haben ihre Fans diese Videos geguckt, das heißt aber noch lange nicht, dass sie die für gut befunden haben. Du interpretierst einfach was in die Zahlen hinein, was überhaupt nicht der Fall sein muss. Das sind keine Beweise, das ist höchstens ein Indiz. Nachlabert er auch nur noch mehr Scheiße, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Das Video ist auch schon lang genug. An jeden Einzelnen, der dieses Video gerade schaut, schaut es zu Ende, denn ich bin mir ziemlich sicher, danach werdet ihr ein ganz anderes Bild auf alles haben. Ahmad, ich habe dein Scheiß-Video von Anfang bis Ende durchgeguckt und ich habe keine Reactions vorher gesehen. Trotzdem laberst du zu 95% absolute Grütze. Schieb es also nicht wieder darauf, dass man angeblich irgendwas von dir aus dem Kontext schreibt. Ja, ist halt Ausländer, ne? Wenn du schon solche Behauptungen ausstellst, dann weißt du, dass die Leute irgendwas aus dem Kontext geschnitten haben. Indem du zum Beispiel den ganzen Kontext einblendest. Aber das tust du nicht, weil du es nicht kannst, weil keiner deine dämlichen Aussagen aus dem Scheiß-Kontext geschnitten hat. Sonst könntest du es ja auch einfach mal beweisen und tatsächlich mal Recht haben. Was kann ich abschließend zu Ahmad sagen? Ich beziehe mich einfach darauf, was Kaiser gesagt hat. Der Typ präsentiert Vermutungen als Fakten, hetzt gegen Influencer, die ihm alle Karten offenlegen und kennt anscheinend nicht mal die Definition von den Wörtern, die er benutzt. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zu ihm gerne in die... Ja, gutes Video auf jeden Fall. Kann man so drehen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und ja, Digga. Guter Mann.